Yo, willkommen zu eurem Epic hier mal wieder mit einem Video nach einer Zeit und das hier ist ein Clip aus CSGO Erste Runde, also PSolen Runde, ich kaufe mir keine Werte, nur eine Flashbang und benutze eine Unus PS Und insgesamt erziehe ich ein Ace, also ich erledige 5 Gegner, 5 gegen 5 und was krass ist So, jetzt kommentieren wir mal was geschieht Da sehe ich schon einen, dann gehen wir wieder weg Kranate Hier entgegen ich dem Headshot, habe noch 32 HP Also die Outlines da, die sieht man natürlich nicht im Spiel, das jetzt nachher aufgenommen Und, ähm, ja Oben rechts sieht man auch immer das Licht Hier zu euch gekommen, der Erste Der Zweite Der Erste war der Headshot Der Vierte Dann merke ich, ich habe nur noch 8, äh, 8 Kugeln im Magazin, also insgesamt Und töten Sie jetzt den hier mit der Netschule, Kugel und 5 HP So, damit ihr das nochmal auf euch wirken lassen könnt, jetzt nochmal ohne mein Geschwaffe So, damit ihr das nochmal übersteigt Remove any footage in your head, es uns, oder dem Deploying flashback Grenade out Counter-terrorists win UrER Burgin RuB RuS RuB 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 Vielen Dank.